Hi, mein Name ist Tosi von Hi-End 64 und wenn ihr euch dafür interessiert, wie man ein Projekt richtig vorbereitet, um Rap oder Gesang professionell aufzunehmen, dann bleibt auf jeden Fall dran. Abonniert den Kanal, um mich für mehr Videos zu motivieren, schreibt mir gerne neue Video-Vorschläge in die Kommentare, lasst mir einen Daumen nach oben da, wenn euch das Video gefallen hat und weiter geht's nach dem Intro. Ich gehe einfach mal davon aus, ihr verwendet einen fertigen Beat, egal ob selbst gemacht, aus dem Internet gekauft oder geklaut oder was auch immer. Für diese Fälle habe ich mir eine Projektvorlage erstellt, in dem ich schon alle Aufnahmenspuren angelegt und in die entsprechenden Gruppenkanäle geroutet habe, die am Ende alle in einen Gruppenkanal reinlaufen, der bei mir Vocals heißt. Auf diesem habe ich schon ein paar Plugins drauf, die die Stimme druckvoller, präsenter und lauter machen, damit man beim Aufnehmen schon anständig hören kann, was man da eigentlich treibt. Vielleicht mache ich mal ein extra Video dazu, wie ich das genau mache mit den Spuren, das sollte jetzt hier aber nicht das Thema sein. Wichtig ist eben, euer Projekt dem Beat anzupassen. Das erleichtert euch hinterher die Arbeit beim Editing und beim Abmischen. Das erste, was wir tun, ist die BPM von unserem Beat für das Projekt zu übernehmen. Nun ist das so, dass man nicht immer weiß, wie viel BPM ein Beat hat, also müssen diese Zahlen erstmal ermittelt werden. Cubase hat intern einige Möglichkeiten, dies zu tun, aber ich finde diese unnötig kompliziert, deshalb zeige ich euch zwei Wege, die um einiges einfacher sind. Entweder ladet ihr euch kostenlos das Programm BPM Analyzer von Mixmeister runter oder verwendet eine Internetseite, zum Beispiel TuneBad.com, die euch sogar noch den Grundton von eurem Beat anzeigt. Ich habe euch beide Links dazu mal unten in die Videobeschreibung gepackt. Beide Methoden funktionieren sehr einfach. Ihr ballert einfach euren Beat per Drag & Drop in das Programm oder in die Internetseite und schon werden euch die BPM angezeigt. Bei dem BPM Analyzer Programm kommen meistens ein paar komische Zahlen bei raus. Die müsst ihr einfach dementsprechend auf- oder abrunden und habt dann die richtige BPM. So, nachdem wir diese ermittelt haben, tragen wir nun die neue Zahl in das BPM-Feld ein. Ab jetzt können wir bestimmte Effekte wie zum Beispiel Delay-Plugins mit dem Tempo synchronisieren lassen und haben immer die passende Geschwindigkeit zum Song. Als nächstes überprüfen wir, ob der Beat auch zu 100% in unserem Raster sitzt. Die BPM stimmt zwar jetzt, trotzdem ist das in den meisten Fällen so, dass der Beat nicht genau da sitzt, wo er sitzen soll, obwohl ihr den direkt auf der 1 starten lasst. Nach dem Beat-Intro sollte die erste Kick von eurem Beat immer genau auf der Linie starten, die den nächsten Takt vorgibt. Man sieht hier beim Reihenzoomen aber deutlich, dass dies nicht der Fall ist. Das liegt daran, dass die meisten Beats aus technischen Gründen so exportiert werden, dass vorne so ein ganz kleiner Schnuddel ist, in dem sich kein Signal befindet. Man könnte das jetzt einfach rausschneiden, aber ich halte es für sinnvoller, den Beat ein wenig nach hinten zu ziehen und zwar so, dass die Kick einfach beim nächsten Takt genau auf der Linie sitzt. Okay, jetzt haben wir das Projekt komplett synchron mit dem Beat. Da wir vorher die BPM angepasst haben, sitzt das Ganze jetzt perfekt im Raster und jeder Taktbeginn sitzt genau auf einer solchen Linie. Das bedeutet, ihr könnt jetzt viel einfacher eure Hooks kopieren, sodass sie mit einer Verschiebung direkt zu 100% passen und irgendwelche Spielereien mit Stotter-Effekten und so weiter sind jetzt ganz easy umsetzbar. Ach ja, das Metronom passt jetzt auch. Falls das für gewisse Stellen gebraucht wird, wie zum Beispiel, ihr wollt eine Stelle berappen oder besingen, die keine Drums hat und ihr euch unsicher mit dem Takt treffen seid, das Problem ist jetzt beseitigt. Und nein, es ist kein Problem, dass der Beat jetzt nicht mehr bei der 1 anfängt. Ihr könnt ja einfach nach dem Aufnehmen den Beat anklicken, drückt die Taste P und schon habt ihr euer Projekt eingegrenzt, damit der Song nach dem Exportieren auch direkt losgeht. Eine Sache gibt es da allerdings noch. Ihr solltet in jedem Fall die Lautstärke von euren Beat mal so zwischen 6 und 10 Dezibel runterfahren. Denn zu 99% habt ihr mit einer gemasterten Datei zu tun, die keinen Platz mehr für eure Stimme hat. Sehe das oft, dass Leute den Beat nicht in der Lautstärke anpacken und dann versuchen noch ihre Vocals drauf zu quetschen. Entweder übersteuert das Ganze oder es klingt sehr gequetscht am Ende. Also macht den Beat leiser, ihr könnt ja eure Kopfhörer oder Boxen einfach lauter machen, um das zu kompensieren. So, das Projekt ist nun zum Aufnehmen bereit. Schaut, dass ihr eure Vocals in einem Bereich von ca. minus 10 Dezibel aufnehmt, dann sollte alles passen. Im nächsten Video zeige ich euch, wie man die gemachten Aufnahmen editiert, bevor es in den Ab-Misch-Prozess geht. Und mache das anhand von einem Song von mir. Aktiviert, du hast kein Problem mit mir, sondern eigentlich mit dir. Kein Plan, wie man die Scheiße therapiert. Ich hab kein Niveau, kein Bein, wieso? Mein Leben auf und ab wie ein Scheiß-Pilot. Mal flieg ich zum Mond, mal fühl ich mich tot. Mein Leben auf und ab wie ein Scheiß-Pilot.